Die Riesling Spätlese aus dem Peacebotter Goldtröpfchen. Das Goldtröpfchen ist eine sehr warme Lage, wo man auch super Spätlesen produzieren kann. Die restsüßen Weine, Spätlese und Auslese, haben die Mose quasi berühmt gemacht, haben Weltruf davon getragen. Und die Spätlesen kann man immer super lange liegen lassen, haben ein perfektes Süßes-Säure-Verhältnis. Und die kann man auch mal einige Jahre weglegen, aber auch jetzt schon super genießen. Und es ist einfach Trinkfreude pur, so eine Spätlese. Und die Süße kommt gar nicht so extrem raus, weil oftmals auch so eine schöne Säure noch dahinter steht. Und was dann einfach das Ganze super abrundet.